Ich freue mich sehr auf das Indoor Maastricht in diesem Jahr. Ich habe es nicht umsonst ausgewählt für mich persönlich als Hallenauftakt. Ich starte also etwas später als viele meiner Kollegen mit der Hallensaison. Aber ich habe es mir ausgewählt, weil ich weiß, dass Maastricht ein wunderschönes Turnier ist mit wirklich hervorragenden Bedingungen für Pferde und Reiter. Die Stimmung ist klasse, das Sportprogramm ist gut, große Auswahl an Prüfungen. Und wie gesagt, für mich persönlich in diesem Jahr ideal, um den Hallenauftakt zu starten. Ja, wir haben ein fantastisches Deelnemersfeld bei Jumping in Maastricht. Und wir sind natürlich sehr glücklich, dass Lutke dabei ist. Er hat in unserem Trophy schon einmal gewonnen. Das ist ein super Deelnemersfeld. Danke, Lutke, dass ihr dieses Jahr wieder dabei seid.